Tja, dann wieder verlieren wir. Wie ärgerlich. Oh nein, ich will da nicht sein. Ich will da gar nicht. Nein. Oh mein Gott, ich bin so schert. Ich hatte auch einen Einzelschuss, Mann. Wir verlieren schon wieder. Ist das traurig. Ja, da war leider nur noch 21 Jahren, weil ich wahrscheinlich nicht an dem Zielgebiet ankomme, aber ich weiß nicht, dass es nicht so schlimm ist. Ja, da war leider nur noch 21 Jahren, weil ich wahrscheinlich nicht an dem Zielgebiet ankomme, weil es nicht so schlimm ist. Viel weiter als Kästin. Unserer Hand. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Oh, Alter. Nee. Was hat nichts mit so stark zu tun? Wir waren einfach nur voll scheiße. Wir haben heute Kameraden und unsere Ehre verloren. Das passiert nicht noch einmal. Jo, wenn wir so scheiße spielen, denke ich schon, dass das nicht passiert. Was hier nicht. Ich bin, ich bin glaube ich, da war immer noch nicht. Ja, ich bin. Was ist nicht glücklich, weil es los war. Ich bin. Ich bin. Nee. Ich bin. Hm. Hm. So, jetzt habe ich natürlich wieder aufgepasst. Hm. Was nehme ich? Ich nehme jetzt wieder einen Scharfschlitz. Aber jetzt bin ich... Was? Warum nicht? Was ist denn jetzt mit dem Einsatzklub nicht verfügbar? Was soll das? Ich werde das andere mal erklären. Ja, ich möchte aber da einsteigen. Nein, dann möchte ich da einsteigen. Mein Gott. Verschiebe die Front bis zum feindlichen Hauptquartier. Ja, erstmal brauche ich ein bisschen. Dann. 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 Fertig. Dann. 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 Fertig. Dann. 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 Aber das war ja wunderschön schade, schade! Junge! Hab ich nicht schon überhaupt ein... Wow, insgesamt 4 zu 13. Puh! Das ist ja easy! So... Oh, warte! Genau hier will ich hin! Hier will ich hin! Oh ja! Gibt's mehr! Eigentlich eine ziemlich beschissene Stelle... ... 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 Na, nicht die Konsole öffnen. Okay, ich baue jetzt erst mal. Jetzt mal bauen wir hier was. Hier baue ich was und dann baue ich auf der Brücke was. Auf der Brücke ist hier baue ich Bay. Dann hätte ich eigentlich eine andere Klasse nehmen müssen. Schande. Versorger baut so viel schneller. Okay, ich baue mal schnell hier. Bauen. 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 Na komm schon, baue schneller, baue schneller Junge. Ah Junge. Bauen, bauen, bauen. Wahrscheinlich baue ich ja für die anderen. Die sind ja da oben. Aber egal. Bauen wir jetzt mal. Bauen ist gut. Und ich werde mich trotzdem erstmal... Ah, ne. Komm. Erstmal alle möglichen Barrikanen bauen. Erstmal alle möglichen Barrikanen bauen. Die brauchen wir ja für später. Die brauchen wir ja für später. Die hier brauchen wir für später. Zum. 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 Das ist der Film. in der Schwingen Behalten Ach, das braucht nicht. Ja, das braucht nicht. So, wo kann ich denn weiterbauen hier? Ich baue erstmal und baue! Bei jedem, der gerne baut, nimmt den Versäuber, der baut tausendmal schneller. Nicht tausendmal, aber auch noch was schneller. Oh ja, klar. Und tot ist er. Wieder einer von der Seite. Alter, verdammt. Hilf mir mal einer hoch. Keiner leid zum hochreffen. Nett. Nett, nett. Der Feind hat einen Sprengsatz an Ziel Cesar platziert. Ja, Mann. Aber ich will hier nicht spawnen. Wo kann ich denn spawnen? Okay, ich möchte aber, ich möchte aber, ich möchte aber in die Richtung. Und dann möchte ich auch da. Und dann möchte ich da hoch und dann möchte ich da spawnen, bitte. Und dann. Dumm, 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 dumm. Das spawnen war Quatsch. Ich möchte hier antworten nur. Ja, ich will wieder runter. Mein Gott. Ja, ich will wieder runter. Mein Gott. Ja, ich will wieder runter. Ich will weiter, wenn wir schnell weiter bauen. Ziel Anton ist Geschichte. Ja. Jetzt ist nochmal das Ziel. Gut. Das letzte Ziel zu verteidigen. Ja. Ihr habt noch einmal ja noch über W開心. Wo wird der Bremsatz und Ziel weiter platziert? Ja, egal. Doch wir haben immer noch ein Aufruf. Ach du Stange! Ich bin eh tot, Mann. Okay, aber jetzt mach ich mal was anderes. Jetzt nehm ich mal die Versorgerklasse, die ist nicht ein bisschen geiler? Und dann hab ich einfach mal nur die ganze Zeit gebaut und nichts gemacht. Buh! Schade. 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 Ja.